Ein Spätzentreffen. Der Pfeffer ist die einzige Waffe gegen Rixels Drache Gurgach. Also mach bitte keinen Unsinn damit, Faddle. Nein, nein. Ich hab ihn nur an die Luft gebracht, damit er seine Wirkung entfaltet. Von hier schieße ich dich ab. Und wenn du hier bist, entleerst du die heiße Ladung genau über ihnen. Hier landest du und Gargona schickt dich zurück. Einfach wie das ABC. Und Achtung, die Gongos müssen dicht genug beim Pfefferschotenwagen landen. Hör auf! Fertig? Oh nein! Oh je! Was ist das denn? Yoko! Pass auf! Danke, Mia. Und willkommen zurück. Schön, dass du da bist. Faddle! Wir brauchen die Wasserkuppel! Ich helfe ihm! Mia! Mia! Also gut, also gut. Ich weiß, dass sie funktioniert. Wenn ich nur wüsste, wie sie funktioniert... Erinnere dich möglichst schnell. Ist es vielleicht dieser Hebel? Nein, äh... Ich weiß nicht mal, wofür der ist. Faddle! Ich krieg das hin! Ich krieg's hin! Hey! Hier ist dein rostiges Scharnier! Faddle, jetzt! Jetzt! Hey! Oh! 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 Wo? Da sind noch mehr davon Wir müssen unseren Freunden helfen Getroffen Vergiss es, Mo Ich war das Mein Pfefferschotenmobil Feuer Oh nein Das darf nicht sein Das darf nicht sein Das darf nicht sein